Mein Name ist Romy, ich bin mit dem Karamell da. Das ist ein zweijähriger Tauern-Schecke und wir sind zum ersten Mal am Set. Bei Tiere bis unters Dach läuft der Karamell zum Beispiel vor den Kindern weg. Die Kinder versuchen ihn einzufangen. Was habt ihr hier zu suchen? Und warum habt ihr den Ziegenbock freigelassen? Die Tauern-Schecken macht vor allem das aus, dass die sehr gemütlich vom Wesen her sind, sehr ruhig. Und auch lernwillig. Und vom Optischen macht die Tauern-Schecken aus, dass die sehr lange Beine haben und sehr schlank sind. Ziegen kann man auf jeden Fall trainieren. Beim Ziegen-Training ist es ganz wichtig, dass man immer mit Leckerlis arbeitet, damit die Ziegen sehr motiviert bleiben. Und wichtig sind beim Training auf jeden Fall auch Pausen, weil durch Pausen wird das Tier auch belohnt und bleibt motiviert bei der Arbeit. Also um Ziegen zu halten, muss man einige Dinge beachten. Zum Beispiel, dass man sie nie alleine halten darf, da die sehr gesellig sind. Und was wichtig ist bei der Haltung, ist zum Beispiel ein trockener Stall, immer frisches Wasser, genügend Raufutter, also Heu und Stroh. Auch Saftfutter fressen sie zum Beispiel, wie Äpfel und Karotten. Der Karamell steht noch ganz am Anfang. Und wir haben für das Projekt Tiere bis unter das Dach sehr viel trainieren müssen. Zum Beispiel hinlegen, das konnte noch nicht. Und steigen mussten wir trainieren. Von A nach B laufen. Das Hinlegen übt man erst, indem man ein Bein nach oben nimmt. Und sobald die Ziege eine leichte Tendenz nach unten macht, wird er gleich belohnt. Also jeder kleine Schritt wird sofort belohnt. Das Alter von Ziegen erkennt man zum Beispiel auch an den Hörnern. Die hören nie auf zu wachsen. Und je nach Rasse, umso länger die Hörner sind, desto älter ist die Ziege. Karamells Tagesablauf ist, wenn er nicht am Set ist, bei uns am Hof, auf der Morgenrange. Wir haben einen Ferienbauernhof daheim. Und Karamell darf mit den Feriengästen und vor allem mit den Kindern durch den Wald spazieren. Dann Pause machen, Picknick machen. Genau, und dann geht's wieder heim. Läuft.